Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast, Episode 166. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin gerade mitten in der Urlaubsplanung. Es ist nämlich nicht mehr so lange hin bis August. Im August ist erstmal Wacken. Danach in der Woche wollen wir kurz nach London fliegen. Dann ist Potsdok und dann haben wir zwei Wochen Urlaub, wo wir mit dem Campingwagen unterwegs sind. London ist schon gebucht, also so gut wie. Der Auftrag ins Reisebüro ist raus. Da haben wir alles schon zusammen. Potsdok ist sowieso klar, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Und dann fahren wir mit dem Wohnwagen weg. Und jetzt steht also die Rundreise zumindest in, ja doch eigentlich schon zumindestens zur Hälfte. Wir fangen auch dieses Jahr wieder an damit, dass wir in Brunsbüttel auf die Fähre fahren, fahren dann nach Cuxhaven und dann erstmal nach Oldenburg, da einen Freund besuchen. Da machen wir eine Nachtstation. Von da aus fahren wir dann weiter zu Obeling in Wintersweig bei Holland. Dieser riesige Campingladen, denn wir brauchen ja immer noch ein Vorzelt und auch eine neue Kassette für unser Chemieklo. Die ist ja undicht, hatte ich glaube ich auch erzählt und die sind da eben auch doch deutlich günstiger als im Campinghandel hier in Deutschland. Und da kann man natürlich dann, können wir schön das Angenehme mit dem Angenehmen verbinden und das Ding neu machen und gleichzeitig auch weniger dafür bezahlen. Das finde ich auch schon sehr, sehr gut. Danach fahren wir zu meinen Eltern. Auch da werden wir auf einen Campingplatz gehen, denn wir müssen das neue Vorzelt ausprobieren. Und in der Nähe von Obeling habe ich einen Campingplatz gefunden, Frehorst heißt der. Der sieht so gut aus, dass ich gleich drei Nächte reserviert habe, weil also brauchen wir natürlich Zeit, um bei Obeling uns irgendwie durchs Sortiment zu gucken und ganz genau auszusuchen, was wir denn haben wollen. Und andererseits hat dieser Platz, glaube ich, eine ganz gute Aufenthaltsqualität, dass wir da so ein bisschen verweilen können, denn das war ja letztes Jahr im Campingurlaub so, dass wir gerade am Anfang der Tour so häufig irgendwie eine Nacht, eine Nacht, eine Nacht irgendwo geblieben sind und viele kurze Etappen hatten. Und ich stelle mir vor, dass es jetzt vielleicht cooler sein kann, dass wir an mehreren Punkten kurze Aufenthalte haben. Die Option, vielleicht einen längeren Urlaub mal irgendwann zu machen, ist auch immer noch da, aber passt halt auch nicht so richtig im Plan jetzt gerade. Ja, dann werden wir also bei meinen Eltern da in der Nähe auf den Campingplatz fahren, das ist irgendwie ein Ort weiter, ist ein Platz, den ich auch schon zumindest dem Namen nachher kenne, aber ich war da noch nie. Klar, ich bin da in der Gegend aufgewachsen, was soll ich da auf dem Campingplatz? Und da werden wir jetzt noch zwei Nächte verbringen, das passt dann auch ganz gut, dann so von Freitag bis Sonntag. Da haben dann eben auch von meiner Familie alle Zeit und da können wir schön ein bisschen Quatsch zusammen machen. Und dann fahren wir weiter Richtung Sachsen-Anhalt. Meine Frau möchte ja gerne mal nach Wittenberg, denn es ist ja jetzt auch Lutherjahr und Reformationsjubiläum und so und als angehende Pastorin ist das ja schon fast eine Pflichtveranstaltung. Da werden wir uns also ein bisschen aufhalten und wir haben lose angepeilt, dann von da aus auf dem Heimweg nochmal irgendwo Station zu machen, denn das sind nochmal 500 Kilometer, die wir vielleicht nicht am Stück fahren möchten, vielleicht aber auch doch. Also da haben wir gesagt, wir haben jetzt reserviert auf den Plätzen in Holland, in Oldenburg und auch bei meinen Eltern, dass wir da es auf jeden Fall sicher haben. Ganz einfach deswegen, Oldenburg gibt es halt nur den einen Platz, glaube ich, zumindest in der Nähe von unserem Kumpel. Der ist also Pflicht. Der andere, der ist so gut, dass der, glaube ich, auch super beliebt ist in Holland und der Platz bei meinen Eltern ist halt echt winzig klein. Die haben, ich glaube, 70 Stellplätze, davon 10 Dauercamper und der Rest Touristenplätze. Ich weiß nicht, wie viele Touristen da tatsächlich immer sind. Auf jeden Fall, die haben sich sehr gefreut, dass wir kommen und haben gern unsere Reservierung angenommen. Keine Ahnung, ob das nun wichtig war, da zu reservieren, aber ich dachte halt, also wenn wir irgendwo campen wollen, dann da, denn da gibt es auch sonst weiter nichts. Und das war dann also auch eine gute Entscheidung und alles andere überlassen wir jetzt dem Zufall, weil wir auch beide eigentlich immer noch so auf den Trip sind. Und so Camping ist eigentlich hinfahren und sich hinstellen irgendwo und reservieren ist doof. Aber letztes Jahr in unserem Sommerurlaub haben wir das ja anders erfahren. Das war ja so ein richtiges, ich möchte fast sagen ein Drama, dass wir zig Campingplätze abtelefoniert haben, bis uns dann irgendwann irgendwo jemand genommen hat. Das war auch schön, wo wir dann am Ende waren, aber es war halt nicht das, was wir uns eigentlich vorgestellt hatten und was uns auch empfohlen worden war. Aber naja, dann möchte ich über eine Sache sprechen. Ich finde es ein bisschen unangenehm eigentlich, das zu sagen. Es gab diesen Fall von Interferenzen neulich in einer Episode von Jörn Schaas vor einem Podcast. Und ich habe dann auf Twitter und auch hier im Blog ein paar Kommentare dazu bekommen, nachfragen, was das denn wohl war. Und ich habe immer gesagt, ja, das ist noch geheim, da kann ich noch nicht drüber sprechen. Und jetzt ist es aber so, dass sich einige Leute da so ein bisschen draufsetzen. Und gesagt haben, das waren wir. So die Herrschaften von der Geschichtenkapsel zum Beispiel haben das bei Twitter sehr prominent vertreten. Und das macht mich sehr traurig, weil es ist eigentlich ganz anders. Es ist so, dass ich ja immer noch auf zwölf Kisten Shazilu sitze. Und der, also ich habe jetzt schon ein paar Flaschen verschenkt an Freunde. Mein Bruder war da, der fand das witzig, der hat eine Flasche mitgenommen. Ein paar Leute haben es auch wirklich bestellt. Aber so der Weltmarkt für Shazilu scheint ungefähr bei fünf bis sechs Flaschen gedeckelt zu sein. Viel mehr braucht man offenbar nicht auf dem Weltmarkt. Und ich habe gesagt, das kann aber möglicherweise auch daran liegen, dass mein Marketing einfach zu schlecht ist. Und ich wollte dann, ich möchte jetzt gerne einen eigenen Podcast aufsetzen zum Thema Shazilu. Und wenn ihr diese Interferenzen richtig im Kopf habt, dann werdet ihr merken, da gab es eben so ein Keuchen, was da kam und so ein bisschen so eine musikähnliche Geschichte. Das ist alles so ein bisschen rätselhaft gewesen, weil es eben auch ein bisschen experimentell sein soll. Ihr wisst, ich stehe auf dieses Wie klingt dein Tag, wo es um Geräusche geht. Und ich habe mir überlegt, ich mache einen Podcast, wo ich Sport mache. Wir hören das Geräusch, wie ich Sport mache. Und nachher kommt dann die Erleichterung. Ich rieche. Und dann stehe ich unter der Dusche und wir hören richtig, wie es mir besser geht. Und das wollte ich eben durch, mal gucken, ob das eben nur geräuschmäßig, dass ich also irgendwann lecker nach Wildkirsche rieche, ob ich das einfangen kann. Und da habe ich so ein bisschen rumexperimentiert und habe das eben als Interferenz schon mal eingespielt. Und das macht mich wirklich traurig, wenn Leute sich da so draufsetzen. Es sollte eigentlich am 5. September die Auflösung dazu geben. Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll, weil die Geschichtenkapsel da doch auch sehr aggressiv in ihrem Marketing ist, was das angeht, das sich so für sich zu vereinnahmen. Und ich werde da, ich glaube, auf dem Podstock einige von den Burschen und Bürschinnen mir zur Brust nehmen müssen. Denn so geht es eigentlich nicht. Das kann man nicht machen. Aber gut. Es gibt noch ein paar andere Sachen, über die ich mich geärgert habe. Zum Beispiel über Vodafone. Was für ein Laden. Also es geht jetzt nicht um den Gigacube. Gar nicht. Das ist ein ganz eigenes Projekt. Das werde ich in unserem Sommerurlaub nochmal angehen, diesen Test zu machen. Und das werde ich dann auch mit der Hotline abschnacken. Das ist alles überhaupt keine Frage. Ich bin ja auch Privatkunde bei Vodafone. Und ich bin da Businesskunde, weil es einen Mitarbeitervertrag gibt von der ARD mit etwas günstigeren Konditionen. Jetzt habe ich relativ schnell festgestellt, die Konditionen, die passen nicht auf mein Nutzungsverhalten. Also es ist, ja, das ist einfach nicht so, das passt nicht zu dem, wie ich diesen Vertrag oder wie ich mein Handy benutze. Mit einem Gigabyte komme ich im Regelfall über ungefähr zwei Wochen im Monat. Dann ist das aufgebraucht, weil ich das Ding halt auch dienstlich benutze. Wenn ich draußen bin und mache irgendeine Reportage oder dergleichen, dann schicke ich auch gleich Fotos für online. Das geht von meinem LTE-Volumen ab. Manchmal ist es so, dass irgendwie schnell berichtet werden muss. Dann schicke ich auch Audios von meinem Telefon. Das sind auch alles Daten, die natürlich auflaufen. und die, die von meinem Datenvolumen abgehen, standardmäßig ist da ein Gigabyte mit dabei und das reicht eben nicht. Das heißt also immer so um den 13., 14., manchmal 15. herum kommt diese SMS. Ja, sie haben jetzt 80 Prozent ihres Datenvolumens verbraucht. Sie können jetzt mit einer SMS nachbuchen. Ein Gigabyte kostet zehn, fünf Gigabyte kosten 20 Euro. Und weil ich mir nie sicher sein kann, ob ich nicht mehr als ein Gigabyte nochmal brauche für den Rest des Monats, buche ich dann meistens fünf, weil es dann günstiger wird. Wenn ich also noch ein Gigabyte dazu buche, zehn Euro, ist es schon bei den nächsten Nachbuchen teurer, weil ich dann bei 20 Euro bin, habe aber dafür nur zwei statt fünf. Ihr wisst schon. So, deswegen buche ich meistens fünf. Jetzt kam also die SMS zurück, der ihr Mobilfunkvertrag lässt an solches Upgrade nicht zu. Was mich überrascht hat, denn das hat zwei Jahre lang bisher ganz gut funktioniert. Und dann habe ich also die Hotline angerufen. Ich sage, Leute, wir müssen reden. Was ist da los? Und ja, das könnte er sich überhaupt nicht erklären und hätte er auch so noch nicht gehabt. Auf jeden Fall ginge es nicht. Und er könne auch, also auch er könne gerade kein Volumen nachbuchen. Das könnte jetzt daran liegen, dass es dieser Mitarbeitervertrag ist. Da wäre eine andere Firma für zuständig. Da würde er mir die Hotline-Nummer gerne mal geben. Die war auch sehr bemüht, sagte auch, sie könne das jetzt auch nicht machen. Denn sie kann sowieso nur, das ist der Witz an der ganzen Geschichte, sie kann sowieso nur meinen Extrawunsch, meinen Nachbuchungswunsch dann aufnehmen und an den Vodafone-Ansprechpartner für ihre Firma weiterreichen, der das dann nachbucht. Rief sie dann zurück und sagte, nee, das geht nicht. Wir melden uns. Und dann meldete sie sich aber nicht, sondern die Vodafone-Hotline rief nochmal an und sagte, Herr Schaar, wir haben hier ein technisches Problem, aber keiner kann sich das erklären. Die Techniker sagen, es ist alles in Ordnung. Und wir können aber trotzdem bei Ihnen kein Mobilvolumen mehr, kein Datenvolumen mehr nachbuchen. Wir wissen aber nicht, warum. Wir haben jetzt bei Ihnen schon die Begrenzung rausgenommen und es geht aber trotzdem nicht. Heißt also, ich habe für diesen Monat keine Begrenzung im Datenvolumen, was total cool ist. Und er sagte, naja, wir wissen jetzt noch nicht. Also kann sein, dass es irgendwann funktioniert, kann aber auch nicht sein. Und keine Ahnung, warum das so ist. Und Sie müssen dann immer mal wieder versuchen, ob das jetzt bei Ihnen klappt oder nicht. Tatsächlich dauerte es dann zum Glück nur noch ungefähr vier, fünf Stunden. Also abends hatte ich dann volle LTE-Geschwindigkeit. Und es scheint jetzt so zu sein, dass ich jetzt unbegrenzt Datenvolumen habe. Das heißt, ich habe die WLAN-Funktionalität am Handy erstmal ausgeschaltet und jetzt rotz ich raus, was geht. Nee, ich weiß nicht. Also das war ärgerlich, aber andererseits fand ich es auch wieder ganz gut, weil die alle sehr bemüht waren, weil die sich alle auch tausendmal entschuldigt haben und weil sie sofort von sich aus eine kostenlose Lösung für mich angeboten haben. Ändert nichts daran, dass ich den Vertrag jetzt kündigen werde und mir was Günstigeres suche, weil, wie gesagt, das passt halt einfach nicht mehr, passt nicht zu meinem normalen Nutzungsverhalten. Gut. Das kann man ja fast als Aufräumen bezeichnen, Überleitung. Ich habe nämlich hier auch aufgeräumt. Ich habe eigentlich Papierkram abheften wollen in meinem Arbeitszimmer, weil so meine, die Kiste, in der ich immer eingehende Rechnungen und Lohnsteuerbescheinigungen und diesen ganzen Unfug sammle, die ist mal wieder übergelaufen. Da habe ich gesagt, alles klar, dann setze ich mal hin, hefte es den ganzen Mist mal ab. Und dabei ist mir ein Schrankfach ins Auge gefallen, wo halt einfach irgendwelcher Kram drin liegt, den ich beim Umzug erstmal da reingetan habe, um dann zu sagen, jetzt ist es erstmal verstaut und dann kümmere ich mich später drum. Und das sah halt alles so ördelig aus und so unordentlich. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machst du es mal. Und habe das Ding mal ausgeräumt und ganz viele Sachen zum Teil weggeschmissen. Ich habe bestimmt 40 Seiten Papier geschreddert. Habe Sachen in den Keller gebracht, die halt, also so Erinnerungsstücke, so Sachen, die man halt nicht wegschmeißt, die man jetzt aber auch nicht, die ich jetzt nicht unbedingt behalten muss oder nicht täglich im Zugriff haben muss. Da habe ich mich drum gekümmert. Und bei der ganzen Gelegenheit habe ich auch noch was gefunden, nämlich alles in allem 42 Schweizer Franken, 14,68 Dollar und 1200 dänische Kronen. Und ich erinnere mich, dass ich bei unserem letzten Dänemark-Urlaub gesagt habe, gedacht habe, wir haben jetzt noch so viel Geld übrig, das lege ich mal hier hin. Dann vergessen wir es nicht. Ja. Der Dänemark-Urlaub für dieses Jahr Oktober ist schon wieder gebucht. Ich hätte es vergessen. Und ich habe mir jetzt also eine Erinnerung geschrieben in den Kalender, zwei Tage vor unserer geplanten Abreise, poppt eine Erinnerung auf aus dem Kalender. Die Reisekasse für Dänemark liegt da und da. Und jetzt habe ich sie also an einem Ort, wo ich sowieso auch nicht rangehe, wo ich weiß, da bleibt es dann auch. Also es kann dann auch nicht irgendwie verschwinden, dass ich es dann vergeblich suche. Also ich bin sehr dankbar für das digitale Zeitalter, mit dem ich mein Leben synchronisieren kann. Ich habe es tatsächlich geschafft, mein Gehirn weitestgehend auszulagern, dummerweise zu einer Firma wie Google. Die werden immer gruseliger. Ich habe neulich eine Mail bekommen. Ach genau, richtig. Es ging um die Subscribe. Subscribe in München. Da habe ich mit Christoph vom ESC-Schnack kommuniziert drüber. Wir fahren also beide hin. Und er hat da irgendwie ein Hotel in der Nähe vom Bayerischen Rundfunk, das er gut findet und das er empfehlen konnte. Da habe ich gesagt, du weißt du was, dann buch mir doch auch da ein Zimmer. Und er hat mir dann also die Reservierungsbestätigung geschickt auf meine Google-Mail-Adresse. Und zwei Sekunden später kriege ich eine weitere E-Mail von Google. Wir haben einen Termin aus einer E-Mail in ihren Kalender übernommen. Und das fand ich sehr, sehr gruselig. Also es heißt natürlich, dass Google, wenn auch durch Algorithmen, aber die lesen halt mit, was da kommt. Und so die gucken in die Mails rein. Das wussten wir, glaube ich, auch schon, weil es auch Anzeigen basiert auf E-Mail-Inhalten gibt. Aber Leute, das ist doch... Ja, also ich bin mir sicher, dass Apple das auch macht mit deren eigenem System. Und ich bin ein großer Freund von Online-Kalendern und auch von Sachen wie Google Drive, wo man irgendwelche Dokumente gemeinsam bearbeiten kann und so. Das ist alles total cool, aber es ist auch gruselig. Naja, gut. An der Stelle soll es das mal gewesen sein für heute. Viel mehr fällt mir gerade nicht ein. Eine Sache so zum Abschluss, ein bisschen, naja, traurig, keine Ahnung. Eine Ankündigung. Es wird so sein, dass ich in die Sommerpause gehe mit allen Produktionen, an denen ich beteiligt bin. Das Nord-Süd-Gefälle ist jetzt am 15. erschienen. Das ist gerade gestern rausgekommen. Das wird tatsächlich erst im Oktober das nächste Mal eine neue Folge geben. Das liegt daran, dass ich im August über unseren üblichen Veröffentlichungstermin im Urlaub bin. Und wenn ich wieder da bin, fährt Dotti gerade weg und kommt nach unserem üblichen Veröffentlichungstermin im September erst wieder. Und dann haben wir gesagt, dann belassen wir es auch dabei und werden dann die nächste planmäßige Folge Nord-Süd-Gefälle erst im Oktober wieder raushauen. 15. Oktober die nächste Folge Nord-Süd-Gefälle. Beim High Alarm Podcast, das erfahrt ihr jetzt gerade hier exklusiv, weil ich noch vergessen habe, das zu twittern. Und weil wir es auch vor einem Monat noch nicht wussten. Auch beim High Alarm Podcast wird es eine Pause geben, eine Zwangspause. Es ist nämlich so, dass die Folge, die jetzt eigentlich am 20. erscheinen sollte, da hatten wir uns einen tollen Film ausgesucht, den ich sehr mag. Und von dem ich dachte, dass ich ihn hier hätte, in meiner Sammlung, hatte ich aber nicht. Das habe ich dummerweise erst am Sonntag vor der geplanten Aufzeichnung gemerkt. Und dann ist das Ding nicht rechtzeitig wieder hergekommen. Und wir konnten jetzt auch nicht mehr aufzeichnen, weil Benni nämlich jetzt schon im Urlaub ist. Und wenn er wieder da ist, bin ich gerade im Urlaub. Das heißt also, die nächste Folge High Alarm erscheint dann im September. Dann bleibt noch What's in Your Pants. Tobi und ich haben noch zwei Folgen in petto. Und auf dem Podstock zeichnen wir auch noch eine Folge auf. Die schubsen wir in den Feed und die wird dann am 15. August erscheinen. Dann haben wir Sommerpause. Bis 5.9. Das ist gar keine. Ist das überhaupt eine Pause, eine richtige? Eine Pause im eigentlichen Sinn? Ja, also genau. Wir sind dann, naja, gut. Das ist gewissermaßen eine Pause. Also am 15. August erscheint das nächste Mal What's in Your Pants. Dann wäre eigentlich der 29. August der nächste Veröffentlichungstermin. Das schaffen wir aber nicht wegen meines Urlaubs und auch weil Tobi so viel zu tun hat. Und der nächstmögliche Termin ist dann der fünfte. Und da veröffentlichen wir dann. Also wir verschieben sozusagen unseren Veröffentlichungsrhythmus um eine Woche. Und das ist dann auch soweit klar. Ja, und Jörn Schaas von der Podcast pausiert dann auch. Ich werde nächste Woche nochmal eine Folge produzieren können und auch in der nächste Woche weiß ich gar nicht, weil ich also nächste Woche ist bei mir sehr, sehr voll mit Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es da schaffe, eine neue Episode zu machen, aber auf jeden Fall kommt vor Wacken noch eine. Das ist dann der 30. Und dann ist auch Schluss, weil ich danach so viel Freizeitstress habe, dass ich bis zum einschließlich 20. nicht dazu kommen werde zu produzieren. Abgesehen davon wird es mir auch einfach gerade ich freue mich auch einfach mal drauf mal keinen mal eine Pause zu machen und mal nur Freizeit zu haben und nicht dabei zu denken ja, ich könnte ja jetzt was für einen Podcast machen oder so und vielleicht werde ich auch mal naja gut auf Internet insgesamt verzichten werde ich nicht, weil ich ja schließlich im Urlaub den Gigacube testen möchte. Also das wird nichts nee, aber ich werde erst dann, also der August ist nahezu podcastfrei bei mir. Also bei Jörn Schaas feinem Podcast. Es ist kompliziert. Ich hoffe, ich habe das jetzt hinreichend komplex und knifflig ausformuliert, dass ihr komplett die Orientierung verloren habt. Wichtig ist, alle meine Produktionen, an denen ich beteiligt bin in der deutschen Podcastlandschaft, werden eine wie auch immer geartete Pause haben mit den unterschiedlichsten Zeiträumen. Ich schreibe das sicherheitshalber nochmal in die Shownotes und in den einzelnen Podcasts bis auf den High Alarm, da schaffen wir es nicht mehr, werde ich das ja auch nochmal erzählen. So, das war es jetzt aber wirklich. Euch alles Gute, schöne Woche und wir hören uns dann am kommenden Wochenende nochmal. Bis zum nächsten Mal.